Null, Null... Ja, Tier Null, so. Das ist ja... 0,5 könnte ich gerade noch machen. Eins wird schwierig. Ja, das ist auch wieder so eine Farmsache oder so. Ob ich das hier einfach... Ja, das... Let's Play zeige, weiß ich nicht. Ich zeig dann mehr, glaube ich, dann... So Sachen wie... Halt... Die Viecher, die es da gibt und so weiter, also... Das sind Gegner. Ach, siehst du, das habe ich ganz vergessen. Es gibt ja hier so ganze Trainingsstätte. Fass schon auf, ne? Das habe ich ganz vergessen. Wobei, sind die überhaupt... für die Level skandiert oder... Einfach noch 105er. Weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Werde ich jetzt... Sicher sehen, wenn ich jetzt hier nach... Ding ins... Gehe. Der Zellrock hieß das doch hier. Der Ort. Zellrock oder Solrock. Der Solrock war doch auch so ein Fell. Im Pokémon. Der Zellrock müsste es eigentlich heißen. Hätte ich jetzt eigentlich vorhin nachgucken können. Aber nein. Felduhr. Woa. Woa. Hier ging es schon mal nicht weiter. Dann eben hier lang. Wo hab ich denn jetzt den Skillpunkt reingetan? Bin ich doof? Ich würde dir die Antwort sparen. Wirds bald. Ich habe gar keine Probleme mit dem Zaubern. Also ich drücke dauernd auf die Tassen drauf. Das kommt manchmal vor, dass ich auf die Tassen drücke und es passiert nichts. Das einzige was ich im Spiel hasse. Boah! Hilfe! Oh, Greatest Soul! Ich gucke schon wieder an der Kopf. Wenn sie nun einen Blick nach links hinunter werfen. Nee, warte. Wenn sie einen Blick nach links runter werfen. Oh Gott, doch nicht alle auf einmal! So Leute im Flugzeug. Naja. Wie auch immer ich jetzt drauf komme. Ach, wegen Soul. Du bist so ein bisschen... Soul. Du bist so ähnlich ausgesprochen irgendwie. Ach egal. Ich flatter hier einfach mal die Viecher weiter. Level 50. Das ist immer ein guter Fortschritt hier. Auch wenn das Level zu schnell geht. Ja, was soll's. Noch zwei Ebenen vor uns. Und dann kommt Vyrax. Ich hab einfach zu viele Skills. Da muss ich mir was einfallen lassen. Die krieg ich doch nicht alle geskillt hier. Krieg ich definitiv nicht alles geskillt. Boah. Hier sind viele Champions unterwegs. Mach doch. Boah. Super. Jetzt juckt mein Ohr her. Wir könnten doch eigentlich die Schriftrollen wieder benutzen. Warum mach ich das denn eigentlich nicht? Oh. Deswegen. Boah. Aber hier sind die Viecher nicht ganz so stark wie sonst. Das ist schon beruhigend. Also beziehungsweise die haben nicht so viel Leben. Oh ja. Und was für eine. Eine Falle. Oh. Oh. Na grüß dich. Da haben wir dich wieder. Hehehe. Wird ja richtig zum Drachenturm hier. Jetzt kommen ja alle Drachen zusammen. Oh shit, 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 shit. Oh, shit, shit, shit. Oh, alter. Und jetzt? So. Ja. Oh. Oh. Oh, shit, shit. Oh, shit, shit, shit. I think. Oh. Oh, shit. Geh nicht. Ich war jetzt am Anfang so irritiert. Weil der hatte am Anfang irgendwie fast schon dieselbe Stimme wie Philipp gehabt. Und ich dachte, oh toll, wer ist jetzt wer? Scheiße. Also langsam habe ich doch irgendwie dann immer mal unterscheiden können dann. Ich habe ein bisschen Angst gemacht. Na stopp. Jawohl, Treppe nach oben. Hm. Oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh ne. War ich teilweise schon wieder ein bisschen abgelenkt. Man kennt's ja auch nicht anders von mir. Top Let's Player, ne? Naja, was soll's. Dann trage ich nur zu Recht nur 30 Abonnenten. Scheiß drauf. Ich will's einfach nur gemacht haben. Das war's für heute. Das war's für heute. Naja, aber grad wird's nicht viel schwieriger. Ich will's noch nicht. Richtig schwierig wird's denk ich mal beim Dingens, ne? Ember Steps. Da freue ich mich schon drauf. Da will ich mich jetzt aber schnell auch hinarbeiten. Ich will mal gucken, dass ich auch jetzt bei Staffel 4 dann, wenn wir das nochmal machen. Wenn ich da auch ein bisschen Abwechslung mit reinbringe. Neben der Hauptstory. Ich hab gesehen, mit dem Path of Torchlight Mod kann man schon von Anfang an in die Kartenwerke rein. Da gibt's jetzt diese, ne, Path of Exile Maps, beziehungsweise die auf PoE basieren. Und die sind, naja, die skaliert sich halt mit dem Charakter-Level. Schon gut. Was war das jetzt? Ich hab das nicht bemerkt irgendwie. Also ich mein, ich hab ja jetzt auch keine Flammenkegeln gesehen oder sowas. Wenn die unsichtbar sind oder Betrug. Dann muss man mit Betrug rechnen hier. Okay, ich will ja einen ganz anderen Weg landen. Äh, hallo? Jetzt so geht meine Tastatur nicht mehr oder wat? Muss ich echt manchmal den eindrucken. Kuldul. Sollte Kuldul. Sollte Kuldul. Sollte Kuldul. Sollte Kuldul. Sollte Kuldul. Oh, ne. Wobei. Was macht's, wenn ich das trage? Ein bisschen weniger Schaden, aber sicherlich bin ich damit schneller. Lass mal gucken. Ei, seht ihr es? Ich mach keine Elektroschaden. Na, wobei ist ja egal. Dann mach ich das mal. So. Und jetzt mit dem Stab mach ich da ohnehin 20% mehr. Idealfall. Jetzt müsste ich eigentlich hier, also, hier reinhauen. Strahlender Zauberstab. So, rein mit diesem Krempel. Sorry, Leute, ich fahr kurz zum Schluck Trinken. So. So. Nach wie vor krieg ich noch huge Health Potions. Ich geh gleich mal die ganzen Zauberstrüche nochmal durch. Obwohl es irgendwas Brauchbares ist. Oh, ich war eh, ich hätte jetzt gar nicht gebraucht. Hätte ich jetzt nicht einsetzen brauchen, weil... Kommt uns eh hinter den Rar-Kämpfer gerade. Oh. Oha. Oh ja, jetzt schmeißt ihr hier mit Feuerwellen um sich. Noch einer. Noch einer. Viele noch. Da kommt der dann gesegelt. Miraks. Ah, Lilly kommt genau...